Ich grüße euch, liebe Gemeinde, alle Gäste, alle Freunde, ich möchte auch herzlich unseren geliebten Bundestagsabgeordneten Herr Buri begrüßen, herzlich willkommen. Ich sehe, es sind einige Vertreter der CDU heute anwesend, sie sind aus dem Gemeinderat und Kreistag, wenn ich mich nicht täusche. Auch herzlich willkommen. Ja, wir sind froh, dass ihr heute unter uns seid. So wie Bruder Freddy schon gesagt hat, haben wir heute ein besonderes Fest, ein Pfingstfest. Und ich möchte mit einer Frage anfangen. Ich möchte mal fragen, wer von euch bekommt gerne Geschenke? Ich möchte euch fragen, wer von euch радостно принимает подарки? Wir sehen, es sind doch einige, die gerne beschenkt werden. Wir sehen, dass euch sehr viele. Und wisst ihr, Pfingsten ist ein Fest. Знаете, Pfingstfest ist ein Pfingstfest, wo wir von Gott ein Geschenk bekommen haben. Und als ich gestern die Ereignisse durchgelesen habe. Und als ich gestern die Ereignisse durchgelesen habe. Und als ich gestern die Ereignisse durchgelesen habe. Die Bibel stellen, wo es um den Heiligen Geist geht. Mestopisания, die uns um den Heiligen Geist geht. Wir lesen zum Beispiel in Johannes Evangelium, Kapitel 14 darüber. Da geht es darum, dass Jesus Christus spricht über den Heiligen Geist. Da geht es darum, dass Jesus Christus spricht über den Heiligen Geist. Und er fängt am Anfang an viel über den Glauben zu reden. Und in der zweiten Teil dieses Kapitel, in der zweiten Teil dieser Kapitel, da geht er dann zu der Liebe über. Und wisst ihr, das sind zwei entscheidende Punkte in unserem Leben. Und wisst ihr, das sind zwei entscheidende Punkte in unserem Leben. Wer den Heiligen Geist in seinem Leben erleben möchte, der muss Glauben haben, und durch die Liebe, die in seinem Leben auch anwesend ist, und durch die Liebe, die in seinem Leben auch anwesend ist, fängt er dann an, den Glauben zu praktizieren in seinem Leben, und den Glauben auszuleben, und in der 15. Vers, spricht, also Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 15, da sagt er, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn wir die Liebe haben zu Gott, dann fangen wir an, das zu praktizieren in unserem Leben. Und lasst uns mal bei dieser Bibelstelle bleiben und weiterlesen. Und будем читать дальше. Da heißt es, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und ich möchte noch den 26. Vers dazu nehmen, Und ich will den 26. Vers ich auch noch ein paar Beistand nehmen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir haben hier so auch eine wichtige Funktion des Heiligen Geistes. Wir haben hier so auch eine wichtige Funktion des Heiligen Geistes. Und interessant, dass Jesus hier spricht. Interessant, dass Jesus Christus hier spricht. Dass nicht jeder den Heiligen Geist empfangen kann. Dass nicht jeder den Heiligen Geist empfangen kann. Dass nicht jeder den Heiligen Geist empfangen kann. Im 17. Vers lesen wir ganz klar. In 17. Stichie wir lesen ganz klar. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Dass er spricht auch, warum das so ist. Und er sagt auch, warum das so ist. Denn sie beachten ihn nicht und erkennen ihn nicht. Потому, dass sie ihn nicht sehen und nicht kennen ihn nicht sehen. Und die Frage ist, warum sie ihn nicht beachten. Und ich denke, die Frage können wir ganz einfach beantworten. Ich denke, diesen Fragen kann man sehr leicht beantworten. Weil sie nicht interessiert, was Gott von uns Menschen fordert, nicht wahr? Weil sie nicht interessiert, was Gott von uns Menschen fordert, nicht wahr? Es passiert das, was in Römer, Kapitel 3, im 11. Vers auch geschrieben steht. Das war zu damaliger Zeit auch so. Das war zu damaliger Zeit auch so. Dass es Menschen gab, die nicht nach Gott gefragt haben. Dass es Menschen gab, die nicht nach Gott gefragt haben. Und Apostel Paulus spricht dort. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Und Apostel Paulus hier sagt, dass nicht, was erlaubt ist, dass niemand von Gott nicht echt. Wisst ihr, liebe Versammlung? Ich halte es nicht für besonders schlau. nicht nach Gott zu fragen. Nicht nach Gott zu fragen. Und nicht zu verstehen, was Gott von uns Menschen fordert und was Gott will, wie wir Menschen leben. Und nicht zu verstehen, was Gott will von uns, wie wir Menschen leben. Und Jesus zeigt hier eben eine Regel. Und Jesus zeigt hier eben eine Regel. Und Jesus показывает hier, die wir einhalten müssen. Wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben erleben möchten. Wenn wir geführt werden möchten vom Heiligen Geist. Wenn wir geführt werden möchten vom Heiligen Geist. Und eben der erste Punkt ist der, Und der zweite Punkt ist, wir müssen an Gott glauben. Wir müssen an Gott glauben. Wir müssen an Gott glauben. So wird mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Hier sehen wir wieder, dass Jesus Christus das noch einmal betont. Hier sehen wir wieder, dass Jesus Christus das noch einmal hervorhebt. Und diese Regel und diese Regel und diese Regel für alle Menschen hier auf Erden. Sie действуют für jeden Menschen hier auf Erden. Angefangen vom kleinen Kind. Начиная aus dem kleinen Kind. Und die gilt auch für den Bundeskanzler. Und das gilt auch für den Bundeskanzler. Es gibt Gemeinden, die sehr viel Wert auf Gott und Vater legen, die sehr viel Wert auf Jesus Christus, seinen Sohn legen. Aber über den Heiligen Geist wird eher weniger gesprochen. Aber über den Heiligen Geist wird eher weniger gesprochen. Wenn man dann mit den Leuten redet, dann hört man raus, dass die denken, dass es etwas gefährliches ist. Und wenn man mit den Leuten redet, dann sagt, dass es etwas gefährliches ist. Und man weiß ja nicht, was da in einem Menschen vorgeht. Und man weiß ja nicht, was da in einem Menschen vorgeht. Und interessant, diese Lehre, dass der Heilige Geist so etwas sehr mysteriöses ist, dass der Heilige Geist so etwas sehr mysteriöses ist, dass der Heilige Geist so etwas sehr mysteriöses ist, ich muss euch sagen, es ist keine biblische Lehre. Ich muss euch sagen, dass es keine biblische Lehre. Das lesen wir nicht in der Heiligen Schrift. Wir lesen in der Heiligen Schrift, dass es wahrscheinlich zu damaliger Zeit, wo die Apostel noch hier auf Erden waren, auch solche Meinungen gab. Und Jesus Christus, als er hier auf Erden gewesen war, ist sogar darauf eingegangen. Und er sagt, welcher Vater von euch? Und er spricht da über den Heiligen Geist und sagt, welcher Vater von euch? Und er sagt, wenn sein Kind ihn um ein Stück Brot bittet, würde er ihm einen Stein geben? Oder wenn, ich meine, er spricht dort wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau, ich meine, über den Fisch redet er dort und sagt, würde er ihm einen Skorpion anstatt ihm Fisches geben? Und er sagt, dass er ihm einen Skorpion und er sagt, dass er ihm einen Skorpion niemand von euch Eltern tut das doch, oder? Und er sagt, dass er das auch nicht macht. Warum sollte denn der himmlische Vater, wenn er ihn um den Heiligen Geist bittet, euch etwas Böses geben? Warum dann Otec Nubes, wenn ihr ihn um den Heiligen Geist bittet, dass er ihm etwas Böses geben? Und wir lesen auch, Apostel Paulus geht auch darauf ein, und wir sehen, dass er auch Apostel Paulus geht auch über das. Da spricht er eben in dem bekanntesten Kapitel, wo die Gaben des Heiligen Geistes beschrieben werden. Und er spricht in der ersten Korinther, in der ersten Korinther, Kapitel 12, der dritte Vers, der dritte Vers, Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Das sind auch solche Sachen, wo man manchmal von Menschen hört und sagt, du kannst ja irgendwelche Flüche aussprechen in anderen Sprachen, du weißt ja nicht, was du redest. Aber wir lesen hier, Apostel Paulus widerlegt das. Aber wir lesen hier, Apostel Paulus полностью das entdeckt. Und wir sehen, dass diese denkweise manchen Menschen nicht biblisch ist. Und wir sehen, dass diese denkweise manchen Menschen nicht biblisch ist. Würden die Menschen die Bibel genauer lesen, würden sie es besser wissen, die Menschen dass sie es besser wissen. Der Heilige Geist hat wunderbare Eigenschaften, die Gott fängt, aus uns heraus, in uns zu wirken, und lasst uns mal einige Punkte durchlesen, die der Heilige Geist in uns bewirkt. das wird aus Römer, ich werde aus Römer, Kapitel 8 lesen, der 14. bis zum 17. Vers. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Denn ihr habt nicht die Geist für die Heilige Geist zu leben, um wieder zu leben, sondern ihr habt den Geist zu leben, den Geist zu leben, der Geist selbst gibt ein Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und mit Erben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherlicht werden. A если дети, то и наследники. Наследники Божии, санаследники же Христu. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Was sagen uns diese Verse? Что говорят нам эти стихи? Was tut der Heilige Geist in uns? Der Heilige Geist gibt uns die Bestätigung, dass wir Gottes Kinder sind. Duhl ist die Wahrheit. Duhl gibt uns die Bestätigung, dass wir Gottes Kinder sind. Dass Gott uns angenommen hat. Dass Gott uns angenommen hat. Und er gibt uns auch die Gewissheit, dass wir mit Erben sind, dass wir mit Erben sind. Das bedeutet, er gibt uns die Gewissheit, dass wir in seinem Himmelreich sein werden. Er gibt uns diese уверенность, dass wir in seinem Himmelreich sein werden. Und das ist etwas Wunderbares. Und das ist etwas Wunderbares. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas, was den christlichen Glauben ausmacht. Das ist etwas, das heißt, dass wir Menschen hier auf der Erde die Heilige Gewissheit haben dürfen. Das ist etwas, dass wir, die Menschen hier auf der Erde, die Heilige Gewissheit haben dürfen. Und der Heilige Geist vollbringt diese Arbeit in uns. Und der Heilige Geist das Wunderbar in uns. Er gibt uns diese Bestätigung. Er gibt uns das Wunderbar in 2 Korinther kommen. Еще раз верnемся in 2 Korinther 3, 17 und 18 Vers. 17 und 18 Stich. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Господь ist Duch, aber wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Wir können diesen Vers auch mit anderen Worten wiedergeben, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir ihm, also Gott, Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist in uns arbeitet, dass wir die Sünde ablegen, dass wir die Schlechsten Sachen beiseite legen, und dass wir Gott immer ähnlicher werden, dass wir становились ближе und похожими auf Gott. Ich habe vorhin auch darüber geredet, in 1 Korinther kapitel 12 lesen wir über die Gaben des Heiligen Geistes, die Gott der Gemeinde gegeben hat, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Wer weiß, wie viele Gaben des Heiligen Geistes lesen wir in diesem Kapitel? Neun sagt er. Ich habe auch neun gezählt. Ich werde jetzt nicht intensiv darauf eingehen, weil uns die Zeit einfach nicht reichen wird. Ich werde jetzt nicht intensiv noch darüber reden, weil uns die Zeit einfach nicht reichen wird. Aber die Bibel berichtet darüber, dass wir durch den Heiligen Geist außergewöhnliche Fähigkeiten bekommen können, dass wir durch den Heiligen Geist und in 1 Korinther kapitel 12 lesen wir von neun Gaben. Das ist einmal die Weisheit, die Erkenntnis, der Glaube, Verheilung, Wundertaten, Verheilung oder Prophezeiungen, Prorочества, Unterscheidungen der Geister, Различения Duhов, Zungenrede, Gоворenien auf den Sprachen und Auslegung der Zungenrede und Tolkowanien языков. Diese Dinge gibt Gott der Gemeinde. Diese Dinge gibt Gott der Gemeinde. Und ich möchte das vielleicht noch kurz betonen. Ich möchte das vielleicht noch kurz betonen. Gott gibt das der Gemeinde nicht, damit sie da eine riesen Show draus macht. sondern damit die Gemeinde erbaut wird, und dass die Menschen überführt werden von ihren Sünden, und zu Gott kommen, und Bruder Fredy hat das schon gesagt, als der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, dass, wenn der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, vorher waren die Jünger ängstlich gewesen, haben sie sich alle zerstreut. Wir lesen darüber, dass, wenn Jesus Christus war, sie alle zerstreut sind. Aber als der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, wir lesen Apostelgeschichte, 1. Kapitel 8. Vers, wir lesen das in den Apostelgeschichten, ist die Kraft des Heiligen Geist auf die Jünger gekommen, dass sie die Kraft des Heiligen Geist heute hat das Wort Gottes auf uns erreicht. Es hat funktioniert. Die Jünger haben diese Kraft empfangen und sind rausgegangen. Uchenniki получili эту силu und вышli вперed. Haben angefangen, das Wort Gottes zu predigen. Начali проповедовать das Wort Gottes. Und es hat auch unsere Zeit erreicht. Das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes, dass Gott uns die Fähigkeit gibt, Zeugen zu sein in dieser Welt, ein Licht zu sein. Das sind diese wunderbaren Dinge, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Das sind die прекрасen Dinge, die uns der Heilige Geist zu bewirken. Ich bin mir sicher, dass ich noch nicht alles aufgelistet habe. Und natürlich, ich bin уверен, dass ich nicht alles aufgelistet habe. Aber wenn ich das alles anschaue, was ich bis jetzt aufgelistet habe, dann muss ich sagen, dass es mir als Christ unheimlich hilft, mich von dem Heiligen Geist leiten zu lassen, von dem Heiligen Geist die Kraft zu bekommen, получать силu aus Duhem. Und wisst ihr, das wunderbare ist, Gott spricht zu uns, Gott spricht zu dir, du kannst es heute auch haben. Ganz am Anfang habe ich gelesen aus Johannes, Kapitel 14, der 16. Vers, ich möchte uns noch mal daran erinnern. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und er spricht darüber, dass der Heilige Geist für immer auf dieser Erde gegeben ist, dass der Heilige Geist immer auf dieser Erde gegeben ist. Und dieses Geschenk, wenn du das von Gott noch nicht empfangen hast, wenn du das von Gott noch nicht empfangen hast, will Gott dir heute geben, Gott хочет dir heute geben. Bist du bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Gertest du bereit, dieses Geschenk anzunehmen? Hast du die Bedingungen erfüllt, die Gott gestellt hat, um das Geschenk zu empfangen? Ich möchte, dass du heute darüber nachdenkst. Ich möchte, dass du heute darüber nachdenkst. Gottes Angebot steht heute noch. Bolle предложение, оно сегодня для тебя открыte. Und wir werden jetzt gemeinsam beten, und wir beten dafür, dass der Herr dir hilft, dass du heute, die richtige Entscheidung сделал, um den Heiligen Geist annehmen zu können, damit du die Führung des Heiligen Geistes erleben kannst, heute, wir stehen jetzt gemeinsam auf und beten. Wir stehen jetzt gemeinsam auf und beten.